Schön, dass du wieder eingeschaut hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft und wir wollen uns heute wieder Skins basteln und zwar Rick und Morty. Und da fällt ihr auf, ich höre mich vielleicht ein bisschen verschnupft an. Das ist auch, weil ich eine leichte Grippe habe, auch nur eine leichte. Ging so, würde ich mal sagen, Ende letzter Woche los, Donnerstag, Freitag, Grippe gekriegt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das zur Zeit ist, wo wir alle mit Coronavirus sowas von durchdrehen. Ich natürlich gleich zum Arzt, meine Eltern haben gesagt, geht alle hier hin, wir fassen hier nichts mehr an, bis du beim Arzt bist. Wir wissen ja nicht, ob es Corona ist, blablabla, blabläschen. Ich zum Arzt und da ist mir eine Stunde gesessen, bis ich da diese 5 Minuten Test hatte und dann rausgefunden habe, hey, der hat kein Corona, der hat nur eine Grippe. Jetzt ist er zu Hause die Woche über und kann hier ganz entspannt und gemütlich, zwar mit Husten schnupfen. Ich muss hier bestimmt viel rausschneiden, wenn ich die ganze Zeit immer mir einen weghuste, aber egal. Wir machen trotzdem ein Video, denn heute ist was Wichtiges und zwar wollen wir uns heute wieder Skins basteln. Und zwar basteln wir uns heute Rick und Morty und zwar für ein neues Filmprojekt und so. Also für alle, die Lust haben, bei solchen immer mitzumachen, guckt mal bei den Skins rein, ob ihr euch die basteln könnt, weil ich finde die immer super. Weil die können blind sehen, die können andere Gesichtsausdrücke haben, wir können die anders stylen, von den Frisuren her oder von den Kleidungsstücken. Also super für Filmprojekte und von daher fangen wir heute mit Rick und Morty an, die sind relativ schnell und simpel zu basteln. Und dann würde ich sagen, zögern wir nicht, fangen gleich an und dann genug gelabert. Jetzt gehen wir erstmal mit den guten alten Rick, da gehen wir wieder auf einen einfachen Steve, gehen auf unseren Körper rauf, Basis. Da nehmen wir gleich hier unten das erste mit diesen Sommersprossen, holen wir uns einmal raus hier als Haut. Denn natürlich die Hautfarbe ganz einfach, gleich hier in der obersten Reihe nehmen wir uns dieses, ja, gräulich, also dass die Haut sehr blass ist. Weil Rick hat ja an sich mehr so eine graue Haut, man könnte vielleicht auch sowas nehmen, aber ich finde das ist wieder ein bisschen zu dunkel. Also von daher nehmen wir uns einfach mal diese Hautfarbe hier einfach. Dann geht es weiter auf Frisuren, Rick hat ja an sich so einen Stachelfrisurenkopf, noch gibt es leider sowas nicht. Von daher nehmen wir einfach mal hier so eine stachelige Bleiche einfach mal raus hier. So eine Frisur, die fern wir uns natürlich ein bisschen bläulich, ne, so dieses Türkise, was ja Rick hat an Frisur. Dann geht es weiter an die Augen, da natürlich ist uns die Wahl offen, ne, je nach Situation, wie ihr da gucken soll. Aber standardmäßig würde ich euch einfach mal das Starren empfehlen. Augenfarbe, wie immer, bitte schwarz machen. Ne, bei den ganzen Zeichentrickfiguren haben die ja immer eine schwarze Augenfarbe. So, dann geht es weiter mit dem Mund natürlich. Mund, da machen wir natürlich, dass er, sage ich mal, hier, wie wir es Rick kennen, immer ein bisschen sabber hat. Und dann machen wir auch hier wieder den Mund einfach mal schwarz. Danach geht es weiter, Gesichtsbehaarung brauchen wir nicht, Arme, Beine, alles egal. Aber die Größe spielt eine Rolle, wir machen Rick einmal ganz schön groß und natürlich die Arme schmal. Dann haben wir unseren Körper abgearbeitet, jetzt geht es natürlich an den Stierern, wir wollen Rick natürlich noch anziehen. Beim Oberteil, ja, nehmen wir einfach mal das ganz normale Steve-Oberteil, was wir da haben, das reicht völlig aus. Bei der unteren Sache ist eine andere Rolle, Rick hat ja an sich eine Hose mit einem Gürtel, da müssen wir mal gucken. Muss noch ein bisschen suchen, aber es gibt hier so eine Hose, die so ein bisschen passt. Das ist hier diese umschlagbare Hose, die ziehen wir einfach mal unseren Rick an. Dann gehen wir noch auf unsere Oberbekleidung. Da suchen wir uns einmal bitte hier dieses offene Hemd raus, weil Rick hat ja an sich ja eigentlich so ein Arzttikel an. Ne, so eine Arztrobe. Das ziehen wir euch einfach mal an, dieses weiße offene T-Shirt. Dann Kopfbedeckung ist eigentlich egal, Handschuhe sind eigentlich auch egal. Schuhe, da können wir nochmal gucken. Wir brauchen Schuhe, die sag ich mal nicht so unbedingt, ja sag ich mal unten unsere Füße zeigen, so wie es hier jetzt der Fall ist. Kann man ein bisschen raussuchen, man kann sich dann natürlich aussuchen, was man möchte, was so ein bisschen passt. Na gut, sie sollten jetzt nicht so über die Hose gehen. Meine Empfehlung nach würde ich euch einfach die Karo-Musterschuhe empfehlen, weil die passen eigentlich relativ gut zum Outfit, die kann ich euch empfehlen. Andernfalls kann man vielleicht auch auf, sag ich mal, die einfachen Sneaker-Wechsel, ne. Wenn man meint, ja ich will nicht so viel Geld jetzt für die Outfits ausgeben, dann wechselt auf die Sneaker, wäre ich auch noch mit einverstanden, ne. Ja, dann haben wir die Schuhe ausgewählt, Gesichtsgegenstände egal, Rückengegenstände eigentlich auch egal und das ist dann unser Rick. Fertig ist er. So, gleiches Spiel noch einmal, jetzt wollen wir uns aber einen Morty basteln, wir holen uns wieder einen normalen Steve raus, gehen auf Basis, holen uns jetzt hier mal das dritte raus, dieses Bullige holen wir uns mal raus. Da wollen wir dann unser Morty, sag ich mal, hier in der obersten Reihe das ganz rechte, diese Hautfarbe einmal geben. Dann geht's weiter auf Frisuren, da scrollen wir einmal bis ganz da unten hin, da finden wir hier, sag ich mal, diese zurückgekämpften Haare, die nehmen wir uns mal rein. Das ist so ein bisschen dieser Wischelkopf, ne, von Morty, die wollen wir natürlich auch noch färben. Hier gleich in der dritten Reihe die erste Haarfarbe, das ist Mortys Haarfarbe, die wählen wir uns einmal aus. Bei den Augen wählen wir uns einfach mal diese, äh, schockierten Augen aus, aber wie auch hier, ist es immer, sag ich mal, kommt's auf die Situation an, was man Morty für eine Augen, also für einen Gesichtsausdruck geben möchte. Ich finde einfach aber Standardgesichtsausdruck nehmen wir einfach mal schockiert und die schockierten Augen müssen wir wie immer natürlich auch noch schwarz machen. So, weiter geht's zum Mund, Mund gleiche Sachen wie die Augen, aber ich finde so als Standard, äh, Mundwinkel sollte er einfach dieses Grinsen haben, weil manchmal, äh, guckt er ja immer auch ein bisschen verdutzt und da finde ich dieses Grinsen einfach passend für Morty. Machen wir natürlich auch wieder schwarz den Mund, dass das hier so ein bisschen passt. So, dann kommen wir zu Gesichtsbehaarung, brauchen wir nicht Arme, Beine, auch wieder egal, aber die Größe spielt eine Rolle, Morty machen wir klein, er ist ja noch ein Teenager und Arme natürlich auch noch schmal. So, dann haben wir den Körper auch schon wieder abgearbeitet, jetzt geht's ran an den Stil, so das genaue Morty-Outfit haben wir nicht unbedingt in Minecraft, von daher müssen wir ein bisschen gucken. Ich sag mal, bei Uber-Teilen brauchst du gar nicht gucken, da gibt's nix, das lassen wir in Ruhe. Unten können wir gucken, wir können einmal die normale Steve-Hose lassen oder wir gucken, es gibt auch noch so andere blaue Hosen, die wir hier nehmen können, zum einen mal hier unten, Blue Jeans, die haben so eine andere Textur, kann ich euch nur empfehlen, die zu nehmen, sieht einfach besser aus als die normale Steve-Hose. Dann geht's weiter auf Oberbekleidung, ganz wichtig ist auch ein kostenloses Accessoire, was wir da nehmen können und zwar, wenn wir hier ein bisschen scrollen, finden wir so ein Hoodie, jeden normaler Hoodie, den nehmen wir einfach mal für unseren Morty. Er hat dieses T-Shirt nicht in Minecraft, von daher würde ich einfach mal sagen, okay, nehmen wir den Kompromiss, nehmen wir ein Hoodie, ne, ist doch was Schickes. So, Kopfbedeckung eigentlich auch immer egal, Handschuhe auch egal, Schuhe, da könnten wir noch gucken. Also ich empfehle euch einfach die ganz normalen Steve-Schuhe, die passen zu Morty, die würde ich mir halt wünschen, ne, wenn wir die dann ausrüsten. Anderfalls, man kann natürlich auch ein bisschen gucken, es gibt noch ein anderes kostenloses Paar Schuhe, und zwar diese Sneaker, wenn ihr meint, okay, die sehen cool aus, dann nehmt ihr die Sneaker. Aber ich finde, wenn man den richtigen Morty haben will, der hat schwarze Schuhe, nehmt dann einfach die Steve-Schuhe, die passen. Ja, Gesichtsschiene, Rücken-Gehende, wie genau das gleiche Spiel bei Rick, ne, kommt auf die Situation an, ob man die verwenden möchte oder nicht. Ja, und dann haben wir unseren Morty und unseren Rick fertig. So sehen die aus. Um guter Letzt melde ich mich nochmal, wir genießen nochmal die zwei Lieblings-Tins bei uns hier aus Rick und Morty. Haben wir Rick und Morty uns gestaltet? Nun kann man sie spielen, nun kann man sie erleben, seine eigenen Abenteuer, halt sich gestalten in Minecraft, sie sich basteln oder ausleben, wie man möchte. So, in der Folge wollen wir aber noch ein paar Leute grüßen, wollten drei gegrüßt werden. Hier, bam, 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 popo, popo, boom, hier seid ihr, willkommen zurück, äh, schon lange kann ich mehr gegrüßt, vielleicht räumen wir das mal wieder ein, wenn sie es die Leute wünschen. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, ich hoffe, dir hat dieses kleine Baututorial von einem Skin gefallen und für alle, die, sag ich mal, bei Filmprojekten mitmachen, äh, möchtet, denn schaut immer mal bei diesen Skin-Tutorials rein, versucht euch die immer zu craften und dann könnt ihr euch immer gerne bei mir melden, weil ich möchte ja mehr so auf diese Skins hingehen, weil sie halt blinzen können, wir können die Optik ändern, na, ihr kennt es ja. Ja, aber ansonsten war es das Video für diese Folge, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder, also haust rein und Tschüss! Bis zum nächsten Mal!